Parivrittasarvangasana ist der drehende Schulterstand. Im Schulterstand drehe das Becken nach rechts, so weit wie du kannst, und atme gleichmäßig ein und aus, und dann drehe das Becken zur anderen Seite und atme gleichmäßig ein und aus. Manchmal ist es gut, bevor du die Stellung ruhig hältst, Parivrittasarvangasana zu üben. Das hilft, die Rückenmuskeln aufzuwärmen, die Zwischenwirbelgelenke zu lockern, sodass du anschließend länger in der Stellung halten kannst. Manchmal ist es auch schön, nach dem Schulterstand vor dem Flug in verschiedene Schulterstandvariationen zu kommen, etwas dynamischere Elemente einzubauen, und dazu kann auch Parivrittasarvangasana gehören.